Ich habe gedacht, ich lasse einfach mal einen Zwischenbericht da von meiner Weltreise, denn ich bin in zwei Tagen ein Jahr unterwegs, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, werde ich schon über ein Jahr unterwegs sein und werde euch ein kleines Update geben, wo es für mich die nächste Zeit hingeht. Ich bin ja seit einem Jahr unterwegs, habe davon vier Monate gearbeitet und hatte ein Anfangsbudget von 28.000. Das hat sich in Neuseeland rapide verringert, weil ich in zwei Monaten in Neuseeland fast 8.000 Dollar ausgegeben habe und somit bin ich jetzt ungefähr bei 10.000 Euro, die mir noch bleiben, für ein halbes Jahr circa oder nicht ganz, also bis Mitte September. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die Ostkiste hochzugehen, den Kern zu sehen, halt Uluru zu machen, aber nachdem ich mir die Kosten angesehen habe, war es mir das nicht mehr wert, weil ich muss sagen, Australien, auch nach Neuseeland, ist das echt viel Geld, was weggeht und das halt für Flüge, für Trips, auch für Bustouren. Es ist einfach unwahrscheinlich viel und ich für mich hatte dann entschieden, ich gehe noch einen Teil nach Asien. Ich habe dann einfach geguckt, wohin ist der günstigste Flug und habe das dann einfach gemacht und somit bin ich auch nach Taiwan für eine Woche, weil halt einfach der Flug unwahrscheinlich günstig war und der Flug nach L.A. über Taiwan und Manila halt günstiger ist, als direkt von Manila zu fliegen. Also das sind so Wahnsinnssachen, die man während der Weltreise rauskriegt, wenn man sich halt so Flüge plant und halt auch guckt, dass es halt einfach günstiger wird, dass es einfach ihr witzig ist teilweise, wie diese Flugpreise zustande kommen. Als Beispiel halt, ich bin in Manila, Philippinen und wollte von da aus nach L.A. der Flug würde mich 700 bis 800 Euro kosten. Dann gab es einen Flug von Taiwan nach L.A. über Manila, der kostet 455. Also hier sind ich und der Flug von Manila nach Taipei, nach Taiwan, kostet halt unter 50 Euro. Und ich gesagt so, Alter, Gott, dann sehe ich halt nochmal Taipei, dann mache ich eine Woche da. Das Hostel kostet irgendwie nur 18 Euro pro Nacht und im Ganzen kostet mich die Woche Taipei günstiger, als wenn ich einen Direktflug von Manila genommen hätte nach L.A. Und ich bin halt nochmal in Taiwan gewesen. Also somit, wenn man sich das so anguckt, dann, also ja, und man ist halt flexibel, dann kann man echt zu coolen Sachen kommen. Ich hatte Borneo nicht eingeplant, obwohl ich es eigentlich machen wollte, nachdem ich tauchen war in Bali. Hatte gesagt, scheiße, ich kann es nicht machen, weil das über komplett meine andere Route ist. Aber es ist günstiger und da ich jetzt Zeit habe, weil ich Australien nicht mehr mache, mache ich das auf jeden Fall. Und das ist halt super günstig. Und ich komme vielleicht nochmal für Second Tier nach Australien und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich was sehen will oder nicht. Derzeit ist es aber so, dass ich echt die Schnauze voll habe von Australien gerade. Es ist teuer, es ist halt sehr westlich. Ich habe mal wieder Bock auf andere Kulturen, auf Tauchen, was mich nicht fast moneymäßig ruiniert. Ja, und also Kärnten Tauchgang kostet mich fast über 300 Dollar und da kriege ich schon alleine vier Tage Tauchen in Borneo für. Und deswegen habe ich mich ja definitiv für Asien entschieden. Aber so plant halt jeder seine Weltreise anders. Manche machen auch eine komplette Umrundung von Australien. Für mich ist das jetzt aber, kommt das auch nicht irgendwie in den Sinn. Ich habe auch keine Lust, mir einen Travelmate zu suchen, den ich vorher nicht kenne. Das mache ich auch nicht. Und dafür ist es mir das halt nicht wert. Und deswegen sage ich, dann spare ich halt lieber ein bisschen, gehe nach Asien und sehe halt geile Sachen, weil gerade Philippinen auch echt im Kommen sind. Und deswegen mache ich es lieber jetzt, bevor das nachher wieder mega touristisch überlaufen ist. Und es ist halt auch nicht weit weg. Für mich geht es morgen auf die Fidschis für fast zweieinhalb Wochen. Und danach fliege ich für eine Woche nach Sydney. Von Sydney aus fliege ich über Kuala Lumpur nach Borneo und da bleibe ich auch für zwei Wochen. Davon ist eine Woche nur ein Tauchurlaub, weil ich nach Zippadam gehe. Und das ist halt einer der zehn schönsten Tauchplätze der Welt. Und danach geht es für mich auf die Philippinen und da bleibe ich circa dreieinhalb Wochen, weil man hat ein 30-Tage-Visum dort. Danach geht es für eine Woche nach Taiwan. Und von Taiwan fliege ich über Manila in den Philippinen zurück nach, oder nicht zurück, ich fliege dann nach L.A. und besuche dort Rebecca, die ihr dann kennenlernen werdet. Das ist eine alte Schulfreundin von mir. Und da werde ich dann ein paar Tage verbringen. Und dann geht es für mich durch die USA. Und wo es für mich danach hingeht, das werde ich euch noch nicht erzählen, weil das wird eine Überraschung für viele oder einige, weil einige wissen schon, andere noch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt so meine Planung. Ich habe schon alle Flüge gebucht, ich habe zum Teil schon Hotels vorgebucht, weil ich gelernt habe auf der Weltreise, dass ich ein Mensch bin, der gerne plant, der gerne weiß, wo es hingeht, der gerne das Geld dann schon von seinem Gesamtbudget weg hat. Und ich dann weiß, inwiefern ich Geld habe für Aktivitäten, für Essen, für Hostels etc., die ich noch nicht vorgeplant habe. Deswegen, ja, habe ich mich dafür entschieden. So, das ist jetzt halt das Update der Weltreise. Jetzt wisst ihr, wo es für mich hingeht und dass es noch länger für mich weitergeht. Und ich halte euch weiter auf dem Laufenden und hoffe, dass ihr meine Videos guckt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und mir natürlich bei meiner Weltreise. Und dann sehen wir uns bald wieder bei was anderem. Also, bis dann. Ciao.